oh mein gott wir fallen rein ich weiß nicht ob ich den stress aushalte ok das ist ein anderer spieler glaube ich noch ein bisschen anderen spieler der war ja er wird uns alles trainieren ja sonst vielleicht auch machen was kommt da auch niemand hier um uns zu join so wir sollen ja pumpen aktivieren ich weiß nicht warum uns jetzt hier immer joint ich bin auch leicht meine güte ich bin auch proben suche dagegen ab ich habe anscheinend jetzt wenig panzerung aber ich bin mir nicht sicher weil irgendwie die panzerung sich sowieso nicht erhöht aber ich so kaputt so ok ok irgendwo proben exklusives fass ich suche mal nach proben hier da sind welche glaube ich man macht so einer kollege das verstärkung gemacht und schon jemand fragt nur die ganze zeit bei der keine probleme irgendwie so nummeriert das hat man glaube ich schon mal irgendwie da muss irgendwie so die nummern suchen ich habe da jetzt eins aktiviert habe ich das falsch gemacht ich bin am terminat lokales lagers aktiviert wo ist das ich würde mal zu nein antivirus geweckt ich sehe nichts du musst irgendwie so ich jetzt habe ich das nicht immer noch nicht genau unter nein so so 1 jetzt müssen die ventile irgendwo eingestellt werden und scheint so im joint und sage ich die person wenn die sowieso irgendwie danke ich weiß was er genau das wird wir irgendwie nicht machen wollen gerade jetzt gleich kommen wieder auf ist grün ja also richtig sein so hier ist die 2 ist irgendwas hier ist was richtig so ich bin am terminal der samt der samt der ja ist klar ja mal oben zu dem roten nämlich an weil ich ja schon gegner durchbruch ich bin da geht ein trupp irgendwie bei gestreten dass irgendwie irgendwie so eine einstellung hat andere da join können irgendwie sowas ich weiß nicht ja ja also ich bin bei playstation bin ich der beigetreten also ich mach mal immer weg da ich mach mal ein orbital angeht wenn man sehen wie der aussieht vielleicht habe ich auch die dinger ok mal sagen der trifft irgendwie gar nicht da wo ich dahin geschossen geworfen wir sind mal am feiern was auch ok was du hast oder ich sind doch ganz schön lange das ding erproben ich habe unser schiff hier hochleveln aber irgendwie ist ja auch nichts mehr so also gefühl das irgendwas am leuchten da auch ein problem ist ich werde mit denen mit dem proben will ich halt auch ja weggehen vielleicht wird das ja hoffentlich noch zu machen sein irgendwie ich habe irgendwo hat goldenes gesehen so ein leuchtenden strahl der in die luft ging ja aber hier oben auch in wird nichts anleihen mit 9 nicht wenn ich in der luft bin ja gleiche idee gehabt jetzt habe ich so gut um zu bleiben ok ich weiß nicht ob ich schneller bin oder nicht ja so hier dann wird über credits nice jetzt jetzt muss ich solle das ist jetzt mit so wir müssen einfach mal ein bisschen farben ja dann gäbe es so jetzt ein bisschen einfacher sein mit besserem equipment warum ist meine karte so klein aber davon wird immer wieder raus ich habe ja 30 minuten herum rennen müssen für die proben in sicherheit bringen erstmal versammelt zu den großen roten nämlich ein ding ist ja hier in der nähe eigentlich die evakuierung wir haben noch 14 verstärkung und im außenbosten ich bin ja nein ich wollte keine werben ich wollte keine werben ja da links hier ist ein ventil aber ich kann damit nicht interagieren lassen terminal macht auch das kollege durchbruch nein gewicht gesichert er sei jetzt ein terminal gegangen oder nicht aber er hat beben kollege ist jetzt hier hat oder nicht hat er hier aktiviert aber auch eine teamarbeit diesen terminal und jemand muss ein ventil drehen noch mal eben gleich noch fertig ich bin jetzt auch mein gott ein bisschen ja kam dann ich gucke mal ob da irgendwelche proben sind das wichtigste 8 könnte man noch finden oder 8 können wir noch tragen keine ahnung wir wissen es nicht hier sind ventil irgendwie und einer muss dran drehen einer muss gucken ob das richtig ist wer weiß was hier alles so gibt ist da hinten noch eine rote sache also war eigentlich fertig kannst du ans terminal links von der gehen man muss mir mal sagen ob das richtig ist ja 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 jetzt ist gut das ist gut ok das ist gezeichnet dann geht man auf das rote da dann sehe ich auch nichts mal verkrater wenn ich weiß dass ich deinem schiff beigetreten bin ok hier ist noch irgendwas ich bin jetzt keine ahnung wo hier so hat rote auf die karte aber sind ob ich die wieder treffe oder nicht 12 der ist genau davor gelandet aber nicht exudiert war getroffen aber viele gegner da habe ich aber keine personen mit sich gerade ich tue man auch schon vielen packen ich habe es aber mein schien gewaltesten ich habe da gerade nachschub und platziert und auch einmal wenn es geht ich würde mehr wert aber lieber wenn ich direkt aufstehen würde also in der action da kriegt das nicht hin so gehen wir nach hause gut heute hoch explosiv heute noch geschützte im patient war aber ich war auch nach gebäude ein platzieren nachdem das gebäude ist kaputt soll ich jetzt machen ich komme nicht durch mein geschützt auf ich habe erfolge der lange haben der gerechtigkeit ja ich schieße das große entfernung gerade hier hier geht es unterwegs ankunftszeit d minus 20 sekunden ha 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 na los irgendwie habe ich ja gar keine gegner da brauche ich nach ausgerechnet wenn wir sind ein bisschen zu chillig gerade finde ich naja ist ja noch zum fahren ja noch ein eis bekommen aber ich glaube wir haben alles ja wir haben alles aus der missionszeit nach ausgezeichnet ja wer möchte alles über regner überragend hat jetzt muss aus auswirkung auf den krieg 1 jetzt immer noch in unserem trupp ok der geht einfach an mir vorbei also stand da mit offenen arm wollten umarmung du bist ein erzloser bastard habe ich nicht gesehen der schiebt mich sogar nach aus dem weg ich bin noch so dreckig ich bin noch voll dreckig wir haben eine menge oder soll man hier mal damit wir ja so dahin gehen können wieder oder irgendwo wo nicht so viele gegner sind wird schon klappen so arbitrarsperrfeuer und alles meine geschützte liebsten werden wir ja wenn die ganzen ausrüstung hier so mal bleiben damit ich mal wieder neu einstellen muss so wählen und schließt sich wieder jemand an da ist auch vielleicht immer noch weil wir halt voll schlecht sind und erst mal ein bisschen üben müssen anscheinend ja dann habe ich schon gegner gesehen glaube ich oh gott wir sind nicht im kopfgebiet ruft nach den waffen leute ja es hat ein stürmer da hinten soweit wenn wir mal zwei sekunden dicke dingen oder tod also hat er tot ist ja diese gruppe von gegnern hinter uns hinter uns diese gruppe von gegnern die ich wollte ja eigentlich umgehen aber wenn er schon allein sagt aber aber nichts kaputt gemacht kommt trotzdem durchbruch die barbanen aus diablo die einen so anspringen ja hinter uns ja was haben wir ja da ist mir schon aufgefallen hat man die jagen so ich weiß noch nicht ob das irgendwie zusammenhängt mit irgendeinem gegner irgendwie dieser orange das ist eine gewöhnliche probe mitten in der luft überall eine flagge also ja ich weiß da kommt immer so ein orange dampf irgendwie aus dem boden ja aber ich weiß nicht ob er einfach nur heißt so hier kommt gerade was oder so oder ja da kommt immer so ein orange nebel das weiß ich irgendwie mit dem gegner mit einem bestimmten zusammenhängen weil sie nicht neu ist hat irgendwie an so ein gegner zusammengeäftet wir müssen den gegner erledigen demokratische musik was hat denn der drohne ja da macht den auch kaputt hier der auf mich zukommt ja wo bist du da ja 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 ich glaube nicht ich glaube nicht irgendwie ist er noch da ja ich komme mit zurück zurück zu ja ich glaube schon ja ich glaube schon ja nun flagge wurde gehisst da ist aber keine flagge dran ja ich weiß nicht ja ich weiß wie man sachen jetzt fein lässt man unten gedrückt hält da ist die flagge sehe ich gerade wo die käfer alle vorbeilaufen okay ja 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 naja ich habe den ersten gegner der heraus getaucht ist abgeschossen aber hat irgendwie nichts gebracht ja ich nehme an man muss immer erst alle gegner erledigen irgendwann hat irgendwie so eine bestimmte nach nachschub wenn er alle erledigt ist dann geht's weiter also eine limitierte nachschub nehme ich an irgendwann ist halt weg wenn man die alle abgeschossen hat ausgezeichnet da ist eine flagge und hier ist eine probe und hier bin ich ich möchte mal munition für mein schrotgewehr kollege geht's dir gut du hast keine arme mehr und dass er hat seiner flagge gemacht man hat sie gerade aktiviert irgendwie hier ist die flagge geschützt hier sind überall flange sind voll viele flaggen welche müssen wir direkt reagieren muss irgendwie die drohne dahin bringen oder weil drohne monument der freiheit zurück zu über erde flagge flagge wissen wenn ich hierhin komme sagt der flagge wissen zurück zu über erde flagge hast du die flüge zurück nach hier funktioniert flagge wissen sagt der bei mir was habe ich gerade links in platziert ein bisschen moni welche flagge hier sind wir bei flaggen jetzt habe ich mich gespritzt wollte gar nicht ich weiß ich weiß nicht was ich gemacht habe einfach nur x gedrückt hier aber ihr war nix ich habe einfach nur in der nähe gedrückt oder waren jungs wieso drücke x oder irgendwie soweit dann auf zum nächsten dingen und munition da sind aber die meisten gegner wo wir jetzt gerade hinlaufen hier liegen bei armlose leute das ist gepanzert der linke du hast die gerufen ich habe gerade gesehen du stück der lindungen orangen nebel erzeugt der dicke jetzt wird nämlich nicht heute kommen auch zu dir ich gehe in die richtung kommt ihr hin ihr stücke wenn man schiengewehr macht zeugs die am besten nicht durch diesen eingang ja so haben wir alle erledigt ja ich habe jetzt passiert es tut die ganze zeit zeugs erledigen acht kills also von ihnen kam anscheinend welche jetzt die flagge gegner nun jetzt xxx flagge ist letzte dinge weil ich da treffe eine dinge habe ich getroffen muss ein bisschen feuerwerk haben müssen wir einfach nur warten ich glaube das ding ja den geht ganz langsam nach oben sehe ich gerade ich glaube wir müssen einfach nur in der nähe stehen bis das ganze nach oben geht so wie man sehen konnte habe ich erwischt ja ich glaube es noch mehr ich habe keine kein dings bekommen hier so du hast alles erledigt ja die flage die geht ganz langsam nach oben ich nehme mal wenn wir in der nähe stehen so über capture the flag oder so ein bisschen langsamer oben ich habe nicht irgendwie so eine dings bekommen so nest kaputt gemacht und so ja ein stück hinten sehe ich irgendwas wenn ich den treffer aber ich versuche mal ich habe jetzt noch die dickeren granaten wieder ein unterschied macht leute hier nein beide unsere magazin sind wir auf der fahrt wird 14 kels erstmal geschützt einfach weg gegangen noch irgendwas hier proben ja was hat hier auf maschinengewehr ich glaube ich sollte mal meine sensibilität hier hochstellen von meinen dingen mir nämlich lieber eine höhere sensibilität wie macht man das hier an der controller die empfindlichkeit der kamera bewegung ist schon auf fünf auf sechs mehr ziel empfindlichkeit will ich obwohl man auch kamera wollte ich komme ich ein bisschen höher stelle ich habe lieber eine hohe empfindlichkeit weil ich sehe ich aus als würde ich mich schneller drehen so wir haben eine menge kleinen rote dinger ja immer dahin was eigentlich wenn er die weißen symbole sind heißt wir haben da was erledigt oder so da läuft ein gegner um aber da bin ich in natur eingetreten kommunikationsgerät wow da kommt er angesprochen da war er tot wow da habe ich in der luft erschossen im sprung das hier ist nämlich an so da unten ganz in der ecke sind noch welche ich sehe gegner sein spring muss also entdeckt interagieren macht die tür mit mir auf nein gehen wir an den anderen schalter dann gehe ich an den land ich gehe mal nicht so was geiles spritzen hoch aber hier schatz schatzkammer was er als medaille anforderung scheine granaten ja schatztruhen gefunden und diese gegner da ich bin tot so ein gegner hat mein geschütz platziert bleibt bloß einer näher mein geschütz hilft dir aus hier bloß nicht ohne meine proben sechs stück hat 7 kills 8 9 kills 10 kills ich bin wieder weiblich sagen wo sie meine proben nicht ohne meine proben so habe ich meine waffen ja ok so 12 proben hallo ich habe ja 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 so ein dickes geschütz hier zum ich habe ja gerade ich habe ja gerade ich glaube ein geschütz hier ich habe das aber nicht mehr funktionsfähig der lauf ist ganz verbogen vielleicht müssen wir reparieren ja wir bieten das wieder gerade alles klar oder den gegner ja die haben mich gesehen das ja 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 nur eine menge gegner gerade was mein geschützt wir sind hier in einzelnen von euch erledigen auch noch welche auf dem stück auf einmal alle okay man hat jetzt haben wir alles hier ein käfer ja ich weiß es nicht noch ganz hinten kommt welche und ich sehe eine probe irgendwo so spätestens so weit wir alle proben voll haben sollten wir immer gehen sonst lohnt sich das ja nicht ich weiß man soll erstmal die emotionen alle hin platzieren damit man so schnell wie möglich da reinpacken kann das genau das genau wie in left for dead mit den dieser einen mission monat auto befüllen muss man auch erstmal die ganzen kanister ist da platzieren wie viele brauchen wir denn 56 werfen so viele baum oder den fünf ich habe mir geschützt sind wir laufen viele gegner in der näher um hier ist noch eins aber man geschützt hat mich erledigt ich wollte da garten habe ich noch ich glaube der hat hier platziert weil ich da fallen gelassen habe meine sorge meine artillerie meiner beteiligen es hilft ja ich werde eigentlich dahinten hinwerfen aber ich nehme an weil ich gestorben bin habe ich da irgendwie genau nach fallen gelassen und ich wollte gerade werfen das ist ein bisschen ziel suchen das ding da habe ich mich nicht am besten direkt da rein wenn es geht obwohl allein ist geschützt hat sich gegen mich gewendet gibt es einfach ganz einfach so voll zu mengen reden gedacht blattert ruhig ich mache ja kaputt ich suche mal meine proben wo bin ich gestorben meine proben glaube ich abgeschlossen nein sind gegner ich glaube die haben mich gesehen ja ja wir machen aber nicht schon wieder sterben nicht schon wieder sterben jetzt geht es geht okay wie viel braucht man 1 2 3 4 5 ja okay dann gehen wir nach hause da hätten sie gehen weil wir uns alle gesehen glaube ich nein sind auch dicke so geschützt wenn es geht nicht wie mich wieder abschließen xD 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 da steht aus der ego perspektive und ich lade beiden mein leben nach abgeprallt das gebäude ich bin auf dem gebäude gelandet hier geht man nach hause mir geht mir wird natürlich schon wieder zu gefährlich gerade ich würde mal in einem moment irgendwie behalten folge dem launch auf dem weg mit 15 proben werden wir ja wohl nicht mehr finden das ist ein guter ausbeute mittel werden wir ja wieder zerstört das ding macht ja immer so einen riesigen sprung da ist ja nur zum grinden ja aber was soll man ja machen wir sind also schlecht oder unvorbereitet ja wir sind schon dabei kollege ich will so eine erhöhte position irgendwo geht nicht ja da sind sie schon wo wo es Ah, der kommt ja nicht durch. Das war glaube ich meine Probe, das war glaube ich mein Orbitalfreuer, das ist gerade getroffen. Ich wollte dich gerade umarmen, ne jetzt mache ich auch nicht mehr. Du hast mir die Klippe runtergeschmissen. Ja, komm her dann, komm her. Ja, nee, nee, jetzt bin ich auch nicht mehr. Meine Brust. Jetzt bin ich beleidigt. Alles klar. Ab nach Hause. Wir haben einen Rückwärtsprung da reingemacht. Wir haben voll viele Proben. Ich hab dann geschützt, dass wir repariert haben, wir es abgefeuert. Parkierung auf dem Land. Ja. Wir weiß nicht, die Kanonen, die wir repariert haben. Ja. Die hab ich jetzt abgefeuert. Ja stimmt. Ich bin dran gedacht. Nein, wir haben etwas XP und Geld übersehen. 16 Proben. Oh man. Krimsica. Ja. Oh. Wir haben es befreit. Wir haben die letzten Prozente reingepackt. Ich sag für eine Belohnung. Nein. Also die letzten Prozente befreit. Einfach so abgestaubt. Yeah. So. Du hast immer eine höhere Präzision als ich. Null Verluste. Ich hab null Verluste. Ich hab mehr Verluste als du. Ja. Das ist nicht wirklich alles klar. Das ist nicht wirklich alles klar. Ja. Ich hab 64 Prozent. Ja. Kann ich irgendwas holen für die Medaillen. Wo brauche ich denn? Ich weiß nicht. Was ihr seine Waffe ist an dem G. G. Ops. Äh. 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 Schaden. 330 Kapazität. 13. Rückstoß. Ist er auch eine. ein Schrot gewährt. Ne. Ist das ein Schrot gewährt? Ne. 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 Ist das ein Schrot gewährt? Ist das ein Schrot gewährt? Ne. noch an dem magazin erwartet da oben da steht auch direkt dann muss ich noch zehn dinger sparen dann ruhig mit ihm aber die ist besser glaube ich auf dem feld energie basiert zeit strahl leichte panzer durchdringung und muss ja gucken vielleicht ist eine waffe viel besser als die andere